Nicht schon wieder deinen Krieger. Ist mir vollkommen egal. Heute gibt es wieder PvP mit meinem Krieger aus einem gewissen Grund. Nö, eigentlich nicht, sondern ich möchte jetzt vorher, bevor es losgeht, ich will Eroberung der Flagge spielen. Noch kurz hier, paar Mal für 40 an der Mann zocken. Ich brauche 5 Gold, denn mit 10 Gold kann ich mir den Rappen, nein, nicht Rappen, Brauner. Irgend so ein Pferd kann ich mir dann kaufen, weil ich besitze ja schon das Reiten. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Ich will nämlich nicht viel ausgeben. Ich sage es, ich hoffe, das geht relativ schnell. Ich will nämlich, wieso nur Dietriche? Oh nein, das brauche ich auch nicht. Ich brauche nur einmal so 5 Gold. Komm schon. Es muss nur einmal dabei sein. Dann hole ich mir den Gaul und schaue ihm. Yes, yo, dankeschön. War gar nicht so viel, das passt ja. Und habe mir auch in dem PvE-Video, wie angekündigt, hier Schriftrollen der Erkenntnis gegönnt, denn die waren in Aktion. 6 Stück, das heißt, das reicht für 6 Stunden und das ist ja schon mal was. Mit meinem Wald habe ich damals so bis Level von 0 bis 32 gemacht und vielleicht sollte ich mir da noch eine holen. Das ganze an der Mann, welches ich jetzt hatte, die 7.000, 8.000 von 0 weg, die waren alle gefarmt. Das ist nicht so viel, aber jo, bald kommt eventuell wieder das Kino dazu, sprich, wo man sich Werbungen ansehen kann für an der Mann. So, sie sehen nun Love Forest Love in der Hauptrolle. Kriegertrend als Love Forest Love. Genug herumgehalbert. Hier, Gritzmeck, gib mir einmal den Grauschimmel. Yay, mein erstes Pferd, hammerhart. So, das kommt dann natürlich auch hier hin. Und das braucht alles seine Ordnung. So, nö, so wollte ich das machen. Genau. Also, mal schauen, ich melde mich an, das dauert bestimmt eine Stunde. Ich hoffe, oh, ho, ha. Ja. Ich glaube, es gibt heute doch keine Oberung der Flagge. Ey, ziemlich cool. Mal schauen die anderen Modi. Oh, man, Leute, es ist Primetime. Macht doch auch in dem Bereich bitte ein bisschen PvP. Ich bin Rekrut. Duell mag ich jetzt nicht so. Muss nicht sein. Denn wenn da das Elo was verbockt, dann ist es echt verbockt. Ja, also, ich schneide mal und schauen wir einfach mal, welche Runde zuerst starten möchte. So, natürlich startet Gruppe versus Gruppe. Was denn auch sonst? Schade, dann war das Pferd jetzt für die Katz. Hört sich seltsam an, ist aber so. Und genau, Moment mal, ich muss wieder, wie war das nochmal? Ach so, genau, mit dem Auto-Attack aufladen und dann den Leuten einfach nur hinterherlaufen. So, hier bin ich natürlich nicht so schnell, weil meine Feder leider fehlt. Und ich auch sonst diese Run-Speed-Sachen von dem PvP-Baum noch nicht besitze. Ein Zwerg. Wow, der hat schon ein Kostüme und so vom Event. Die sind ja alle fleißig dabei. Warum laufen die alle zu dritt vor? Ist das so... Ist das eine Gruppe? Wissen die, was die machen? Normalerweise weiß doch niemand hier, was er macht in diesem Bereich als Rekrut und so weiter. Boah, der war so langsam und hat mich trotzdem getroffen. So, was, war das 100? Mit meinem Auto-Attack? Boah. Nicht schlecht. So, was? Wieso teile ich so viel Schaden aus? Huch, ich habe nichts Krasses. Ich bin Egoist Noob Drachenkriege. Wow. Ich denke, ich werde im PvP erstmal hochleveln. Sofern ich solche Runden bekomme und nicht so overpowerte Gegner. Hammerhart. Da kann ich ja richtig Punkte absaugen. Schön. Also hier meine Stats. Das ist nichts. Da muss ich nur jemand paar Rubine gönnen und schon ist die Sache gegessen. So, und ich spreche nur von normalen Rubinen. Nicht mal irgendwas Besonderes. Wups. Nein, schade. Der hätte sitzen müssen, dass ich Wut habe für meinen Angriff hier. Für meinen Rundumschlag. So. Wow. Bleib stehen. Bleib doch stehen. So, wow. Der war aber ziemlich weit weg und trotzdem getroffen. Ja, das kenne ich aber von meinem Mage, wenn ich gegen Valdis kämpfen muss. Gegen Valdis? Gegen Drachenkrieger. Boah. Die denken jetzt bestimmt, was für ein overpowereder Char. Aber ich habe nichts. Na dann, Jente. Noch null an der Mantia ausgegeben. Ach so, ja. Stimmt nicht so ganz. Für die Schriftrollen der Erkenntnis jetzt. Aber ganz ehrlich, die haben mir nicht weitergeholfen. So. Boah, also. Das sind dann schöne Punkte. Ich habe gerade richtig Bock. Aber das ist immer nur so, wenn man mal keine OP-Chars im Gegner-Team hat. Wenn da jetzt jemand ankommt mit dem vollen roten Essenzen-Set und so weiter. Dann sieht es wohl gleich anders aus. So, der brennt noch ein bisschen von mir. Und. Ach komm, wieso bewegst du dich jetzt? Das war nicht so abgemacht. So, sehr schön. Wenn der den verlangsamt, dann passt das. Boah. Und vor allem diese Strategie, die man hier besitzen muss. Oder die man hier verfolgen muss. Immer Taste 1 oder Taste 2 oder so. Boah, so lässt sich's leben. So würde ich auf jeden Fall jetzt hier ein paar Pünktchen farmen. Aber man muss bedenken, ich bin ein Rekrut. Und das wird sich bald ändern. Dann spiele ich auch gegen die anderen Leute. Hier so Feldmarschall auf dem Level. Nur gibt's. Ich will nicht sagen. Da gibt's immer jemand, der dann sagt. Doch, ich hab ne Level 3 Feldmarschall schon gesehen. In Kingshill. So, hier zwei Level-Ups. Sehr schön. Eine Runde, zwei PvP-Level-Ups. So, ich will Eroberung der Flagge. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Vielleicht melde ich mich an. Geh einfach. Ist mir egal. Geh 30 Minuten einfach AFK. Und höre ja den Sound dann. Sobald startet. Also ich würde echt gerne. Das wäre doch köstlich. Oder hier mit dem Grauschimmel-PVP machen auf Stufe 9. Ah, das wäre schön. Da hat man schon mal Reiten auf dem Level. Und dann... Was sagst du dazu? My Lady. Ja, du findest es auch langweilig, oder? Na gut. Dann... Bitte. Zauberkräfte nächste Runde und so. So, ich habe noch fix diese Quest geholt für Gruppe vs. Gruppe. Habe ich nicht bedacht. Aber... Oh, ja, das ist die Sache. Jetzt bin ich der Niedrigste. Und Level 9 vs. 14, das ist schon Hammer. Okay, im Gegner-Team sind jetzt keine. Aber hier, bei uns ist einer drin. Fünf Level auf dem Level-Bereich. Hammer hart. Also mal schauen, ob ich jetzt hier abgeschlachtet werde. Oder ob der Krieger-Trend trotzdem ein bisschen was machen kann. So, wo seid ihr hier, meine Freunde? Und Rundumschlag. Oh, das war aber nicht ich. Ich will zumindest ein paar Pünktchen abstauben. Oh, der blockt schon mal richtig was weg. Wo ist meine Wut hin? Wo ist sie nur hin? Oh, ähm... Kann mir jemand sagen, warum ich auf den Blauen einschlage, obwohl der zu uns gehört? Schlecht. Sehr schlecht von mir. Nein, unterbrochen. Ich tue es nicht. Ordenslegionär. Na gut, ist jetzt nicht so extrem. Also nicht mit Ordensritter verwechseln. Aber trotzdem. Ich bin nichts nah an die Ente. Boah. Da merkt man aber echt, dass der ein bisschen mehr aushält. Und Stufe 12. So, mal schauen, wie schneide ich hier ab? Ähm... Boah, nicht so gut. Also punktemäßig... Obwohl... Hey, das ist gar nicht so ein fetter Unterschied hier. Oh, ich habe zwei Kills abgestaubt, sehe ich gerade. Hammerhart. So, reinspringen für Wut. Und dann... OMG, Spiele! Bin das ich? Meint der mich? Boah. Der tut weh. Der Ordenslegionär tut weh. Der bewegt sich zwar nicht viel, aber wenn der was macht, dann... Mit vollem Karacho natürlich. Weil der erhöhten Schaden und so hat, dann müsste ich jetzt bei wem anderen... Aber das Problem ist, ich habe keine Heilung. Von daher bin ich jetzt sowieso hier Ende Gelände. Diese Runde werden wir nicht gewinnen. Also, ja, diese Runde von den Runden. Nicht immer auf dem blauen. Oh, das ist der Ordenslegionär. Nicht sterben. Ja, einfacher gesagt als getan. Ich habe nicht mal noch die... Wieso hat der die Heilung? Ich habe sie auch bald. Nur noch drei Level-Ups. Bald habe ich die Heilung. Greifenflamme. Der kennt mich also hier. Der 14er. Komm, hau noch mal so eine Runde aus wie vorher. Rest in Peace. Rest in Pieces. Na dann, ich muss mich eher im Hintergrund halten als Low-Level. Wartet hier. Also, läuft vor. Ich warte hier. Wen muss ich mir schnappen? Den eventuell. Den Mage könnte ich... Ach, warte doch auf mich. So. Ah, mein Vorteil sind meine Schuhe. Meine 10% Run-Speed. So, jetzt hat er was kassiert. Und da ist der... Ah, jetzt sind es 2 vs. 2. Oh, der haut so krass rein, der andere hier. Ups. Dann zuerst den... Drachenkrieger eventuell. Ach. Hör doch auf mich zu stunnen. Hör doch auf mich zu stunnen. Jetzt hat er aber nicht... Mich im Visier. Sondern den anderen. Bleib doch stehen. Läuft der schneller als ich? Hat der auch Run-Speed-Schuhe? Wow. So, jetzt. Oh. Du brennst. Auf jeden Fall brennst du... Oh, nein. Nicht genau in seine Schussbahn. Oh, der ist zu heftig. Der hat halt echt... Ich wundere mich, warum ich noch immer lebe bei dem. So, wie viel hat der noch? Wie haben wir den vorher down bekommen? Als Ordenslegionär und 3 Level höher ist der nicht down zu bekommen für mich. Mit violetten Schultern noch dazu vom Event. Nö. Das kannst du nicht machen. Noch dazu hat der 800 Leben. So viel wie ich. Sehen wir uns mal den Drachenkriegern. Ob der Drachenkrieger das machen kann. Hoffen wir mal. Noch sieht's... Gleichmäßig aufgeteilt aus, würde ich behaupten. Wenn dann die getroffenen... Also die markierten Prezis treffen. Dann war's das. Ich hoffe, sie treffen nicht zu häufig. Boah, sieht gar nicht so schlecht aus mit den Punkten. Also ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Jetzt, was war hier? Sorry. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das habe ich angekündigt. Vollmond und Neumond. Oh, das sieht schlecht aus. Was war denn jetzt hier los? Da hat er oder sie irgendwas kassiert. Ah. Mist. Der ist hier der Übeltäter. Und hier wird was geschrieben, wovon ich nicht weiß, was es bedeuten soll. So, nochmal. Der Mage, der muss es tun. Der ist unser Hoffnungsträger. Und bei denen ist eben der Valdi das Gefährliche. So, sein Teleport ist weg. Aber was habe ich davon? Jetzt eventuell. Komm. Jo, der ist mal tot. Jetzt müssen wir uns den vornehmen. Den vornehmen her. Werden wir uns vornehmen. Wir werden uns den vornehmen vornehmen. Okay, ich höre schon auf damit. Das ist nicht lustig. So. Oh, zwei Schaden. Achtung. Oh, fünf Schaden. Haltet euch zurück. Schreibt es euch in den Kalender. Fünf Schaden auf dem. Ausgeteilt hier. So, einmal ein Rundumschlag. Komm. Bleib noch kurz stehen. Das war einen Millimeter zu weit entfernt. Schön gestunt. Sauberflamme. Ich lasse mich doch von dir nicht veräppeln. Haha. Hättest du wohl nicht gedacht, dass ich von der anderen Seite komme. Wups. Schade. Da hätte ich fast abstauben können. So, jetzt drei versus einen. Komm schon. Ich werde immer Taste 1 einsetzen. Dass ich ihm hinterherlaufen kann, wenn er weglaufen möchte. So, denn damit bin ich... Wow. Unaufhaltsam. Drei Leute knüppeln auf den ein. Geschafft. Jawohl. So, einmal noch. Alle guten Dinge sind drei. Leute, man versteht euch nicht. Schreibt auf Englisch oder schreibt gar nichts. Oder ihr wisst, dass alle Deutsch können, dann schreibt Deutsch. Oder ihr wisst, dass alle eure Sprache sprechen, dann schreibt eure Sprache. Aber hier irgendwas Wabala und Babala verstehe ich leider nicht. Da müsste ich erst einen Kurs bei Babel buchen. So, wieder zuerst den Magier, dann den Krieger und dann den Valdi. Hier ist der Magier. Der mal was kassiert von mir. Der hat eine schöne Heilung. Ich wusste gar nicht, dass man sogar schon auf Level 13 eine Heilung hat. Fängt ja schon früh an hier. Sehr schön. Also, alles beim Alten. So. Oh, nein. Oh, ich habe nicht gesehen, dass sich der teleportiert hat. Der hat schon Eis? Warum macht der nicht andauert Eis? Oh mein Gott. Also, das finde ich mal echt krass. Einfach andauert verlangsamen, Mann. Ist doch das Einfachste, was man machen kann, Mann. Dieser Reim, Mann kann. Haus, Maus. Wow. So. Wieso bin ich gestunnt? Hör auf. Wer stunnt mich denn hier so hart? Oh je. Der muss sterben. Der ruckelt aber auch ab und zu wieder zurück so. So, jetzt. Wups. Ich habe ihm wohl den Weg abgeschnitten. Und jetzt Rundumschlag irgendwie. Warum verlangsamst du mich, du Ordenslegionär? Ach. Der macht aber auch gar nichts, der andere. Nein. Oh, schön. Ich dachte, der andere ist gestorben. So, sehr schön. Rundumschlag. Jawohl. Zwei Damage. Oh, zwei Damage. Achtung. Haltet mich zurück. Leute, ich... War das jetzt von einem Schuss schon wieder zwei Treffer? Ach, Waldis. Warum seid ihr so schwach? Ihr macht einen Schuss und trefft den Schaden zweimal. Ist ja richtig schwach. Ich will das auch mit meinem Mage. Ein Feuerball trifft und zweimal wird der Schaden zugefügt. Das wäre doch der Hammer. Das würde ich sofort im Forum vorschlagen. Kann man das irgendwo einreichen? Will ich echt gerne haben. So, nein, hat er jetzt den Buff. Oh, Mann. Ha, schade. Ja. Muss ich dann irgendwann nochmal versuchen mit Bugs eventuell, wo ein Pfeil zweimal Schaden anrichtet. Das wäre spitze. So, ich laufe jetzt natürlich die 30 Sekunden weg, denn der hat den Buff. Da könnte ich mir direkt die Kugel geben, wenn ich als, keine Ahnung, was bin ich? Rekrut hier nicht mal noch. Wo bin ich? Ja, genau. Rekrut gegen einen Ordenslegionär. Drei Level höher. Da kann ich mir direkt die Kugel geben, wenn ich möchte. Oh, der hat den noch immer. Schade, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich... Oh, Erschöpfung schon. Verdammt. Jetzt bin ich geliefert. Schade, aber ich muss sagen, das war trotzdem nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie keinen Spaß mehr hätte wegen so einer Runde. Sowas kommt eben mal vor. Aber punktemäßig, boah, wenn man das vergleicht beim letzten Mal hier, 1700, jetzt 400. Aber kommt eben mal vor, dass man auch sowas hat als Gegner. Nur solange es nicht so richtig übertrieben ist. Da passt ja noch alles. So kann ich mich hochleveln. Nö, schade. Drei Level-Ups brauche ich noch, dann bin ich ein bisschen stärker und kann mich zumindest aufheilen und so weiter und so fort. Ja, also mal schauen. Irgendwie habe ich gerade Lust, noch ein bisschen mehr mit dem zu machen, bevor ich ihn hochlevel, wenn ich das denn machen werde. Aber, jo. Mal schauen. Das war auf jeden Fall ein weiteres PvP-Video mit meinem Drachi und dann würde ich sagen, geht's einfach beim nächsten Mal weiter.